Energy Styles for free Wer man nicht so alles findet, wenn man ein wenig im Backstage umeinander schleicht. Blick und Crew. Sam, du bist jetzt auch wieder unterwegs mit deinem Bruder. Ganz genau. Ist er lieb zu dir? Sehr. Das muss man ja fragen, also familienmäßig. Nein, schaut auf mich. Das ist sehr gut. Eli Golding, habt ihr eigentlich vorhin auf der Bühne gesehen? Absolut geil. Und dann sind sie rausgekommen und was hat sie gemacht? Hey Blickfotie, hey Samfotie, hey Samfotie. Was ist da los? Kannst du wirklich keine Ecke aussen schauen, ohne dass irgendjemand kommt? Keine Möglichkeit. Also wir haben es vorhin probiert, aber es dauert zwei Sekunden und dann geht es los. Mit Autogramm und Fotos und so weiter. Aber wir haben es zumindest probiert. Ist das denn irgendwie so ein bisschen im Vorgeschmack, den man bekommt, wenn man da aussen steht? Wenn man weiss, in ein paar Minuten stehe ich selber auf dieser Stage? Ja, ein bisschen. Man kann sich ein bisschen in die Situation hineinversetzen. Ich habe den Sido, da habe ich einen Teil vom Sido gesehen. Und ja, man sieht bei den anderen Acts, wie es tut und wie das Publikum reagiert. Man sieht, was man kann machen, was man vielleicht nicht machen sollte. Ja, das ist noch der Vorteil, wenn man am Schluss spielt. Da kann man alle anderen Fehler von anderen analysieren. Und ich hoffe, ich mache sie nicht. Unsere Zungen im Backtest behaupten ja, du sehst nur so nahe an die Bühne gestanden, um Eli Golding unter den Rock zu schauen. Ist das Gerücht wahr? Ja, das ist sicher deine Zunge gewesen. Nein, 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 ich habe nichts gesehen. Ja, nein. Aber wäre schon noch eine für dich, oder? Ein absoluter Kack, den du da wieder erzählst. Das ist gar nicht wahr. Aber wir sind ja auf Energy TV, da darf man so reden. Selbstverständlich. Okay, okay. Weil die, weißt du, die bei ProSieben, die sind ernst. Wir sind hier ein bisschen Klamauchen-Gesellschaft. Nein, Dedy Golding habe ich nicht von nahem gesehen. Aber du wirst noch? Wird ich das? Ja, soll ich das organisieren für dich? Oh ja, bitte. Und jetzt erst der Sam, wer will's? Also Brüder, Liebe, wer? Der Sam, er ist dann. Ich bin Single. Also gut, komm, wir gehen zu Deli. Komm, wir gehen zu Deli. Machen wir weiter da hinten.